Hallo meine Lieben, ist dies hier ein echtes UFO, ein außerirdisches Objekt aus einer weit entfernten Welt? Die UFO-Gemeinschaft rätselt derzeit darüber und das Video ist das derzeit am meisten diskutierte. Und obwohl es schon einige Jahre alt ist, soll genau dieser Fakt der große Vorteil dessen sein. Zumal Ex-Pentagon-Mitarbeiter Luis Elizondo deutlich sagt, dass es sich hierbei um eine echte Aufnahme handelt. Etwas, das er schon von viel klareren, bisher geheimen Aufnahmen kenne. Die volle Aufnahme des Objekts, die Hintergrunddaten des Videos, was Elizondo noch zu diesem UFO zu sagen hat, die Aussage eines Navy-Piloten und vieles mehr, seht ihr wie immer nach dem Intro. Das sogenannte Fly-By-Video Laut den neuesten Stimmen aus der UFO-Community ist es das Video. Eines, das obwohl es wie gehabt recht unscharf wirkt, dann doch die Existenz außergewöhnlicher Flugobjekte auf der Erde beweisen könne. Anhand verschiedener Merkmale. Und dass es ebenso verschwommen und hektisch wirkt, sei diesmal der große Vorteil. Und auch das Alter ist ein Indiz für die Echtheit der Aufnahme. Es ist nur 20 Sekunden lang und mehr als 10 Jahre alt. Und doch ist dieses Video derzeit einer der meistdiskutierten Aufnahmen eines UFOs, eines unidentifizierten fliegenden Objekts. Sogar der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter Luis Elizondo spricht darüber. Mit all seinem Wissen der vergangenen Jahre innerhalb des mehr oder weniger geheimen UFO-Programms hält er das Video für echt. Die alte Aufnahme zeigt eine fliegende Scheibe. Sie bewegt sich neben einem Passagierflugzeug hin und her. Taucht in der Mitte des Videos unter den Boliden ab. Nur um sich wieder von da aus in die Luft zu schwingen. Eine Art Kuppel ist auf dem silberglänzenden Objekt gut zu erkennen. Fast schwerelos und vom Wind getrieben bewegt es sich über den bewölkten Himmel. Verkehrsflugzeuge fliegen im Reiseflug auf einer Höhe zwischen 10 und 15 Kilometer. Es ermöglicht ihnen schneller zu fliegen. Der Reibungswiderstand der Luft ist einfach geringer. Dort oben beschleunigen sie dann auf bis zu 1000 Stundenkilometern. Das hier zu sehende Objekt muss also extremen Kräften widerstehen können. Es fliegt oder schwebt mit einer Leichtigkeit durch die Luft, die kein menschengemachtes Objekt vollführen könne. Manch einer sagt sogar, es spiele mit dem großen Passagierflugzeug. Andere wiederum erinnert es an eine Feder, die vom Wind getrieben ihre Runden zieht. Unklar ist bisher, um was für ein Flugzeug es sich handelt. Zwar nehmen einige an, dass es sich hierbei um eine Boeing 737 handelt. Die Aufnahme selbst lässt aber keine Rückschlüsse auf die Bauer zu. Die Innenansicht ist in den 20 Sekunden nicht zu sehen. Die Beschreibung des hochgeladenen Videos lässt uns dann aber doch einige Informationen zukommen. Der Uploader ergänzte in der Beschreibung. UFO aufgenommen aus dem Fenster eines Blue Panorama Fluges von Rom nach Paris am 29. April 2006. In der UFO-Community ist es als das Fly-By-Video bekannt. Angelehnt an den kurzen prägnanten Titeln der Pentagon-UAP-Videos. Die, die uns seit Jahren rätseln lassen. Das FLIR-Video, das Gimbal-Video und das mit dem Titel Go Fast. Sehen wir hier also ein echtes UFO. Welche Fakten sprechen für eine echte Aufnahme? Gibt es weitere, viel detailliertere Aufnahmen desselben Objekts? Was sagen diejenigen dazu, die eine echte Begegnung mit unidentifizierten Objekten hatten? Die Piloten der US Navy. Das auf YouTube hochgeladene Fly-By-Video wird mit dem Erstellungsdatum 5. März 2008 gelistet. Rund zwei Jahre später also, als es die Beschreibung des Videos zeitlich verortet, dem 29. April 2006. Jetzt könnte man sich erst einmal die Frage stellen, warum man das Video erst Jahre danach hochgeladen hat. Allerdings existiert YouTube noch nicht so lange, wie manch einer denken mag. Das erste YouTube-Video wurde erst am 23. April 2005 auf der Plattform veröffentlicht. Und es sollte noch Jahre dauern, bis YouTube so bekannt war, wie es heute der Fall ist. Das verspätete Upload-Datum ist also erstmal kein Indiz dafür, hellhörig zu werden. Im Gegenteil, niemand geringerer als Ex-Pentagon-Mitglied Luis Elizondo habe sich zu dem Video klar geäußert. Er halte das Video für sauber. Es zeige ein echtes, unbekanntes, fliegendes Objekt. In seiner Funktion im Pentagon habe er schon gleiche Videos dieser Scheibe gesehen, von weitaus besserer Qualität. Doch diese würden weiterhin unter Verschluss gehalten. Keine Chance, dass diese jemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden. Andere wiederum halten die Aufnahmen für CGI. Ein mittels 3D-Grafik auf dem Computer erzeugter Spezialeffekt. Nichts weiter als zusammengesetzte Einsen und Nullen sollen uns diesen Flug neben der Passagiermaschine beschert haben. Doch dem widersprechen viele, die das beeindruckende Video genauer betrachteten. Im Jahr 2006 wäre dies nicht möglich gewesen. Und selbst wenn man das Upload-Datum im März 2008 heranzieht, erschiene es mehr als unwahrscheinlich, dass es von einer Privatperson so perfekt gefälscht wurde. Derartige Special Effects seien vor 13 oder 15 Jahren noch so derartig teuer gewesen, dass dessen Umsetzung quasi unmöglich gewesen wäre. Allein die Anschaffung eines Computers mit entsprechender Ausstattung ging in die Zehntausende. Und das für ein 20 Sekunden langes Video. Hochgeladen auf einer damals noch recht unbekannten Plattform. Eines, das bis heute immer noch keinen einzigen Cent erwirtschaftet hat. Diejenigen, die das Video gründlich untersuchten, konnten auch keinen alten Ausschnitt einer Filmproduktion finden, der dem das hier Gesehene gleicht. Fest steht, es ist keine Szene aus einer Hollywood-Produktion. Es entstammt keinem Film und keiner Serie. Lassen sich an dem Flugverhalten noch weitere Indizien für die Echtheit des Objekts ausmachen? Was sagt jemand dazu, der wissen müsste, wie sich ein solches UFO verhält? Auch Lieutenant Ryan Graves meldete sich zu dem heiß diskutierten Fly-By-Video zu Wort. Er ist einer der Navy-Piloten, die im Jahr 2015 eine verifizierte UFO- bzw. UAP-Sichtung hatten. Auf seinem offiziellen Twitter-Account äußerte er sich folgendermaßen. Wurden schon Bemühungen in die Untersuchungen des Fly-By-Videos gesteckt? Ich hatte beim ersten Anschauen eine Gänsehaut und es fasziniert mich immer noch. Die Art und Weise, wie sich das Fahrzeug bewegt, ist einem normalen Formationsflug sehr ähnlich. Ich würde es als unangenehm unheimlich beschreiben. Die Mechanik kommt mir sehr bekannt vor. Wir führen ähnliche Manöver nach jedem taktischen Einsatz durch. Sogenannte Battle Damage Checks. Der Punkt ist, sich das andere Flugzeug physisch anzusehen, um sie auf Schäden oder aufgehängte Bomben zu untersuchen. Ist das, was wir hier im Video sehen können, also menschliche Technologie? Ein Flug eines streng geheimen militärischen Flugzeugs? Eines, das zu Übungswecken sich nah an einem Passagierflugzeug auffielt? Ohne eine offizielle Bestätigung einer Regierungsbehörde bleibt die Echtheit des Videos weiterhin nur Spekulation. Erst bei Veröffentlichungen der zum Beispiel von Elizondo genannten klaren Aufnahmen eines baugleichen Objekts könnten wir wohl mehr in Erfahrung bringen. Mich persönlich stört an der Aufnahme die Tonspur. Klar wird die Aufnahme von den lauten Geräuschen der Turbinen dominiert. Doch ein klarer, lauter Aufschrei bei Sichtung des Objekts, gerade wenn man als Film da nah an der Kamera ist, sollte man eigentlich hören können. Was haltet ihr von den derzeit wohl bekanntesten UFO-Videos? Zeigt es uns ein außerirdisches Raumschiff? Ein hochentwickeltes menschliches Flugzeug? Oder ist es eine Fälschung? Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.